Hallo zusammen, ich bin gerade bei Raintouch mit dem Dominik und dem Raphael. Und ich habe was echt cooles gesehen, deswegen habe ich hier jetzt mein iPhone genommen und der Dominik hat hier mit dem Raphael zwei Raintouchs aufgebaut. Und wenn der Raphael jetzt hier drüben in Jira auf einem Board ein Issue nimmt und den verschiebt, dann kann man direkt auf dem anderen Board sehen, was er macht. Also auch schon die Bewegung, nicht nur das Ergebnis wird synchronisiert, sondern schon auch die Bewegung. Und das funktioniert wohl bidirektional, oder? Also auch wenn der Dominik jetzt hier rechts das macht, dann sieht man das sozusagen links aus. Das kann man im Video gut sehen. Und das ist ziemlich cool.